Was ist der Trainer? Ich glaube, die, die das erste Mal beim Turnier sind, sind vielleicht ein bisschen nervöser als die, die schon mehrere Turniere gespielt haben. Boah, der Nervöseste weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind alle sehr, sehr angespannt vor dem ersten Spiel und freuen uns, wenn es jetzt endlich losgeht. Andi Wolf. Ich weiß, dass Silvio sehr, sehr laut singt, aber sonst am schönsten weiß ich noch nicht. Das kann ich schwer sagen, weil ich selber mitsinge, sodass ich das nicht höre. Julius Kühn. Am lautesten singt sich auf jeden Fall Silvio. Klingt auch ganz gut. Peke neben mir trällert auch ganz gut. Die beiden würde ich sagen. Ja, vor dem Spiegel sind alle immer sehr, sehr beschäftigt. Aber da jetzt einen Einzelnen rauszupicken, ich glaube, Tobi mit seiner neuen Frisur braucht er relativ lange. Vielleicht Philipp Weber, weil er sich lange die Haare macht. Keine Ahnung. Auch eine gute Frage. Ich gehe meistens raus, um Fußball zu spielen. Andi Wolf. Eigentlich sind alle sehr, sehr lautstark. Wir haben ja so einen kleinen Kreis, da klatscht sich nochmal jeder ab. Da gibt es jetzt auch nicht den einen, der am lautesten ist. Da bei uns am Schlachtruf im Kreis sind die Physios von uns sehr, sehr aktiv und heizen da nochmal alle richtig ein. Ich nicht. Ich nicht. Ich brauche mich mal ein paar đã auf der Teile Dok trick aufzulegen.